Sie wissen, was du bist. Jetzt feilschen Sie um den Preis. Ein Artikel von James Corbett vom 20. Februar 2021 Es gibt einen alten Witz über einen reichen Mann, der mit einer berühmten Schauspielerin spricht. Nachdem er sie fragt, ob sie für eine Million Dollar mit einem Fremden schlafen würde, antwortete sie begeistert, ja. Daraufhin fragt er sie, ob sie das auch für 5 Dollar tun würde. Beleidigt schäumt sie, 5 Dollar? Für was für eine Frau halten Sie mich? Das haben wir doch schon geklärt, erwidert der Mann. Jetzt feilschen wir nur noch um den Preis. Obwohl dieser Witz im heutigen PC-Klima wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, haben wir alle den Punkt verstanden. Die Frau hat bereits zugegeben, dass ihre Prinzipien für die richtige Summe verhandelbar sind. Die Untergrenze dieser Summe zu bestimmen, sollte also nicht per se beleidigend sein. Das mag wie ein plumber Scherz erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es ein aufschlussreicher Einblick in die grundlegende philosophische Debatte unserer Zeit. Vielleicht die grundlegende philosophische Debatte aller Zeiten. Und es hilft uns, auf die Lockdowners und die Anti-Free-Speechers und andere Feinde der Zivilisation mit einer Antwort zu reagieren, die tatsächlich zum Kern des Problems vordringt. Um wirklich zu verstehen, was hier vor sich geht, müssen wir zu einer der ältesten Beschäftigungen zurückgehen, die der Menschheit bekannt sind. Nein, nicht diese Beschäftigung. Ich spreche natürlich von der Moralphilosophie, dem Versuch, richtiges Verhalten von falschem Verhalten zu unterscheiden. Zusammen mit der Naturphilosophie, dem Studium der natürlichen Welt, das wir heute als Wissenschaft verstehen würden, und der Metaphysik, dem Studium der Existenz, Gottes, des Geistes und anderer abstrakter Phänomene, bildet die Moralphilosophie, was wir gemeinhin als Ethik bezeichnen, eine der drei Hauptsäulen der Philosophie. Als solche ist sie eines der am meisten diskutierten und debattierten Themen in der Geschichte der Menschheit gewesen. Woher wissen wir, was richtig und was falsch ist? Wie sollten wir uns in einer bestimmten Situation verhalten? Was ist die richtige Art zu leben? Diese Fragen werden seit tausenden von Jahren diskutiert und die Antworten, die sich aus diesen Debatten ergeben haben, haben explizit oder implizit fast jede größere soziale, politische und religiöse Bewegung der Geschichte beeinflusst. In der nikomachischen Ethik begründete Aristoteles zum Beispiel das, was heute als Tugendethik bekannt ist, und argumentierte, dass die ethischen Tugenden darin bestehen, die goldene Mitte zwischen den Lastern des Übermaßes und des Mangels zu finden. So ist Mut das Gleichgewicht zwischen Tollkühnheit und Feigheit, Bescheidenheit die Tugend zwischen Schüchternheit und Prahlerei und so weiter. Die Diskurse des Epictet umreisen die grundlegenden Ideen der Stoischen Schule. Einschließlich der Einsicht, dass das Glück darin liegt, die eigene Reaktion auf äußere Ereignisse zu kontrollieren und die eigene Aufmerksamkeit auf das zu richten, was in der eigenen Macht steht, zu kontrollieren. Der Brief an Minokius hingegen legt die epikoreische Form des Hedonismus dar, nämlich dass das Vergnügen das höchste Gut und das Ziel des Lebens ist. Spielverderber, Doppelpunkt, Es gibt deontologische ethische Theorien und göttliche Befehlstheorien oder theologischen Voluntarismus, wenn sie das bevorzugen. Theorien des ethischen Intuitionismus, Theorien der anarchistischen Moral und viele, viele mehr. Aber auf die Gefahr hin, sie zu langweilen, oder habe ich das schon getan? Lassen Sie uns auf zwei Hauptlager in der ethischen Debatte konzentrieren. Auf der einen Seite stehen die moralischen Idealisten, diejenigen, die glauben, dass es objektive moralische Standards gibt, wie auch immer sie verstanden werden, die unter allen Umständen anwendbar sind. Auf der anderen Seite stehen die moralischen Relativisten, diejenigen, die der Meinung sind, dass es in der ethischen Arena keine Absolutheit gibt, dass das, was richtig oder falsch ist, immer von den Umständen abhängt. Das sind natürlich riesige Kategorien und jede umfasst viele Denkschulen, aber am Ende läuft die Debatte auf eine Kernfrage hinaus. Gibt es moralische Absolutheiten oder können Handlungen nur anhand der Begleitumstände beurteilt werden? Beantworten Sie diese Frage mit Bedacht, denn die Auswirkungen Ihrer Antwort können viel bedeutsamer sein, als Sie sich vorstellen. Nehmen Sie zum Beispiel unsere hypothetische Schauspielerin aus dem obigen Witz. Ihr Gefühl für die Unangemessenheit der Prostitution, für welche Art von Frau halten Sie mich, ist nachweislich nicht absolut. Gut, schließlich kann sie für die richtige Summe Geld dazu beredet werden, den Akt zu vollziehen. Ihr Gesprächspartner kann also korrekt darauf hinweisen, dass sie tatsächlich eine Prostituierte ist. Die Frage ist nur, welche Geldsumme sie braucht, um ihre moralischen Bedenken zu überwinden. Kurzum, man braucht keinen Doktortitel der Philosophie, um die Tücken dieses speziellen Dilemmas zu verstehen. Entweder sie leben nach bestimmten unantastbaren Prinzipien, die sie unter keinen Umständen verhandeln werden, oder sie tun es nicht. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich die jüngste Frage an Corbett über die Übersterblichkeit auf die Frage nach dem Prinzip reduziert habe. Wie viele Tote während einer Pandemie wären nötig, damit sie zustimmen, dass ihre unveräußerlichen Menschenrechte in der Tat veräußerlich sind? Wenn es tatsächlich eine Zahl von übermäßigen Todesfällen gibt, bei der sie der Regierung das Recht zugestehen würden, Städte abzuregeln und die Bevölkerung zwangs zu impfen, dann sind sie wie die Frau in dem Witz. Die sogenannten Gesundheitsbehörden wissen, was sie sind. Jetzt falschen sie nur noch um den Preis. Die Nützlichkeit dieses Rahmens für die Hinterfragung unserer eigenen, selbsternannten Ideale und was sie implizieren, sollte mittlerweile offensichtlich sein. Diejenigen, die nach dem Staat schreien, um Big Tech zu kontrollieren, können nicht behaupten, dass sie beleidigt sind, wenn der Staat dann Big Tech sagt, dass sie Covid, Desinformation und andere nicht genehmigte Sprache von ihrer Plattform entfernen müssen. Schließlich haben sie bereits festgelegt, was sie sind. Jemand, der Interventionen der Regierung gutheißt. Jetzt sind sie nur noch am Falschen um den Preis. Und ist es okay für die Regierung, ihr Einkommen um ein Zehntel von einem Prozent zu besteuern, um Waisenkinder zu ernähren und zu kleiden? Ja! Wie wäre es dann, wenn sie 99 Prozent ihres Einkommens stehlen und damit den militärisch-industriellen Komplex finanzieren? Um Himmels Willen, nein! Das ist absurd! Aber warum sind sie so beleidigt? Sie falschen doch nur. Sie sind dafür, Masken zu tragen und zwei Wochen zu Hause zu bleiben, um die Kurve bei dieser tödlichen Pandemie abzuflachen, oder? Nun, wie wäre es, wenn wir sie zwangsimpfen und ein Gesundheitspasssystem einführen, das jede ihrer Bewegungen und Interaktionen für den Rest ihres Lebens regelt? Falschen! Sie sehen, wohin das führt. Und Sie sehen, warum das Argumentieren mit Leuten über die Bedingungen der Situation, die sie überzeugt hat, ihre Prinzipien aufzugeben, nicht wirklich zur Wurzel des Problems führt. Das Problem ist, dass sie nicht aus Prinzip argumentieren. Sie haben bereits zugegeben, was sie sind. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, um ihren Preis zu falschen. Das ist ein tiefes und wichtiges Thema, das man nicht banal zusammenfassen sollte. Es gibt viele Denkschulen, die unterschiedliche Argumente für eine konsequentialistische Moralphilosophie vorbringen. Utilitarismus, ethischer Pragmatismus, Situationsethik und so weiter. Diese Argumente werden auf unsere Gefahr hin leichtfertig abgetan, gerade weil sie für so viele Menschen zur Standarddenkweise geworden sind. Denn wie viele Menschen würden anders antworten als die Frauen dem Witz, wenn der genannte Preis hoch genug wäre? Wie viele Menschen stehen wirklich auf Prinzipien und sind nicht bereit, ihre Rechte wegzuverhandeln? Wie populär wäre es, zu sagen, dass es bestimmte Positionen gibt, die unter keinen denkbaren Umständen verhandelbar sind? Das sind keine einfachen Fragen und wir müssen uns ihnen stellen und unsere Positionen dazu artikulieren, bevor wir uns mit anderen über diese Punkte auseinandersetzen. Ein weiterer Punkt, den man aus dem Witz herauslesen kann, ist, dass die Frau durch die Unterstellung, sie sei in Wirklichkeit eine Prostituierte, beleidigt ist. Man spürt in ihrer Empörung das Potenzial für einen Moment der Selbstverwirklichung und das ist vielleicht der Punkt, auf den es ankommt. Ob es ihr gefällt oder nicht, sie hat gerade zugegeben, eine Prostituierte zu sein. Der Mann fällt nur um den Preis. Anstatt also mit einem engagierten Covid-Lockdown-Befürworter über Zahlen und Fakten zu streiten, sollten Sie vielleicht mit ihm über den Preis verhälschen. Und dann können Sie sich über den Preis verhälschen. Und dann können Sie sich über den Preis verhälschen.